Die russische Fluggesellschaft Red Wings Airlines sorgt für aufgeheizte Stimmung. Für russische Touristen heißt es momentan warten. Seit Tagen sitzen mehr als 400 russische Touristen im Urlaubsparadies Antalya fest. Ein Rückflug ist aufgrund von defekten Flugzeugen nicht möglich. Die russische Luftfahrt ist zwar mit Sanktionen belegt worden, trotzdem transportierte die Airline Red Wing Touristen in den Türkei-Urlaub. Nun streikt bei den Flugzeugen die Technik. In einer Stellungnahme der russischen Airline heißt es am Dienstag, dass zwei von drei verfügbaren Boeing 7-7 in ihrer Flotte aus technischen Gründen außer Betrieb seien. Seit dem Wochenende warten hunderte Menschen in der Abflughalle in Antalya. Dort ist die Stimmung aufgeheizt. Auch die Flüge sind mehrfach verschoben worden. Offizielle Gründe gibt es nicht. Mittlerweile teilte Red Wings mit, dass ein weiteres Flugzeug gechartet wird. Dieses soll offenbar zunächst weitere Urlauber aus Russland bringen und auf dem Rückflug die Wartenden mitnehmen.